Meine Damen und Herren, liebe Speedway-Freunde, liebe Eltern, liebe Kinder, herzlich willkommen auf dem Mecklenburg-Ringen-Parchim zum sechsten Parchimer Speedway-Rennen. Zur Eröffnung der Veranstaltung, bitte erheben Sie von Ihren Plätzen und die Mützen bitte abnehmen. Die Nationalräumte der Bundesrepublik Deutschland. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, liebe Leute, bevor wir es mal loslegen, möchte ich mich bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, die das hier heute ehrenamtlich rocken, die ganze Geschichte. Man muss sich mal vorstellen, Sonnenrennen, ungefähr ein halbes Jahr Vorbereitungszeit, ganz viel Schweiß, ganz viel Arbeit. Leider nur wenige Helfer, aber die wenigen, die machen das für euch alle, damit ihr einen wunderschönen Tag auf dem Mecklenburg-Ringen erleben dürft. Und ich bitte mal, applaudiert mal bitte den Helfern, die sich hier den Arsch aufreißen, damit wir alle einen super schönen Tag haben. Ja, im Brille unser Bahnmeister, wer Beschwerden mit der Bahn hat, bitte bei dem Herrn mit dem dicken Bauch melden. So, dann möchte ich mal beginnen. Bevor das Fahrerfeld kommt, haben wir noch Eberhard Kammler auf seinem Shopper-Mobil. Der Eberhard, er ist einer, der eigentlich maßgebend früher daran beteiligt war, dass die Drift-Kids, dass es die überhaupt gibt, da ging die 80er-Klasse los, die PW-Klasse. Und Eberhard war dreimal DDR-Meister in den 60er-Jahren bei der Ice Speedway-Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, war früher der jüngste Teilnehmer. Also der Herr weiß, wie gefahren wird und er ist auch ein ganz großer, ganz großer Verfechter und er möchte auch, dass die Jugend vorwärts kommt und dafür mal Dankeschön. Und dann beginnen wir mit dem Fahrerfeld Junior A, KTM. Die Startnummer 39, Thies Schwer. Die Startnummer 31, Max Streller. Die Startnummer 49, Valentino Scheibe. Die Startnummer 44, Nico Baumann. Die Startnummer 45, Michelle Rau. Die Startnummer 46, Felix Glütemeier. Die Startnummer 47, Felix Bernhard. Die Startnummer 33, Freya Redlich. Startnummer 34, Paul Weisheit. Startnummer 38, Magnus Rau. Die Startnummer 43, Len Joris Rixen. Und die Startnummer 35, Frieda Thomas. So, dann kommen wir zur Klasse Junior APW 50. Da haben wir dabei die 4, Yannick Konzak. Die Startnummer 9, Alexander Hagen. Die Startnummer 5, Aiden-Erwin Schumacher. Die Startnummer 10, Joel Schuck. Die Startnummer 8, Carlos Gennerech. Die Startnummer 6, Lennart Edelüt. Die Startnummer 7, Tyler Haupt. Und die Startnummer 11, Maylin Jurisch. So, dann kommen wir zur Klasse Junior B2, 85 Kubik. Die Startnummer 1, Finn Ole Schmiedendorf. Die Startnummer 8, Noel Maximilian Koch. Die Startnummer 7, Hanna Grunwald. Und die Startnummer 6, Melf Kedelsen. So, dann machen wir jetzt alle mal ein schönes Gruppenfoto. Die Kleinen da vorne, die Großen nach hinten.